Was geht ab ihr Nudeln? Wow, wir entbaden direkt, okay gut. Hier geht es schon direkt los, es bleibt gar nicht viel Zeit zum Quatschen. Ich bin Gold3, habe schon ein Game gewonnen, ich habe bisher 7 Games, 7 Ranked Games hintereinander gewonnen. Die Serie läuft wirklich ziemlich gut, deswegen kann ich mir nicht so richtig vorstellen, da wir uns schon in der Champion-Auswahl alle richtig geflamed haben, weil ich kein Teleport habe. Ähm, ja, oh, oh, schön. Äh, weiß nicht, ob die Serie wirklich, äh, ne, weitergeführt wird mit meinen Sinnen, Win-Win-Serien. Lass uns einfach mal schauen, was hier so passiert. Seilen sind da. Es ist dramatik. Speer in die Fresse, speer in die Fresse, speer in die Fresse. Guck mal, jetzt habe ich, zack, zack. Oh, lol, ah, Leute, ey, Leute. Nein! Okay, er macht wirklich so richtig Triad und steht da einfach im Busch. Was denkst du, wer du bist, hä? Du Vogel. Ohne die Jungle, da bist du gar nichts. Du bist ein Nichts. Ein Nichts. Wir gängen jetzt einfach mal in die Mitte. Komm, noch merkt sie nichts, sie merkt nichts, sie merkt nichts. Und, I'm right beside her. Ich komme nicht ran, das war ein verdammt guter Stunnen. Und wir haben einen Kill und dann hat er das Ei. Dankeschön. Und da ist noch noch Zack. Zack, 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 komm mal her, komm mal her, komm mal ran hier, Bruder. Na gut, okay, ich gehe auch weg, tschüss. Ich habe ja so ein bisschen Bock gerade Tower zu bleiben, so ein bisschen. Oh, komm mal, Leute, ich komme, ich komme, bitte, ihr habt mich gesehen, sagt mir, dass ihr mich gesehen habt. Shit, hier sind wir in Sivir. Können wir bitte auf Sivir gehen? Könnt ihr irgendjemand mit mir auf Sivir gehen? Dankeschön. Leute, ey, macht mich jetzt hier nicht unglücklich. Komm ran, komm ran. Nein, ich kriege diese Dreifach-Tötung, ist das egal. Was, Dreifach-Tötung? Komm, kriege ich den Damage! Von was denn? Er hat doch nicht, er hat doch, hat der Red Buff gehabt. Oh Gott, das könnte ja was werden, das könnte ja was werden. Tschüss. Das ist doch, ich hasse es nicht. Ja, komm, komm, gib ihm, gib ihm. Schön, eins, zwei, drei, nimm das. Schön. Das ist friss, friss, du schüttest. Nein, natürlich nicht. Okay, gut, zwei Kills habe ich geholt. Komm, ja, sauber, sauber. Sauber, sauber, sauber. Drei Leute sind tot, Sivir, ich habe keine Ahnung, wo die Sivir immer ist, aber ist egal. Mach den, mach den Inhip. Und dann läuft das. Ich komme, ich komme, bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Morgana. Ach so, gut, okay, sie hat wenig Leben. Ich gehe schon wieder auf die Nautilus, ich hasse die Nautilus, ich muss den ständig fokussen. Ich gehe schon auf den anderen Tank, zack. So, und jetzt. Mann, ja, ober den 1000 bin ich verlangsamt, Alter. Ist mir das egal, ich hole mir jetzt noch irgendjemand hier. Ich stirb nicht. Oh, Alter. Okay, wir beruhigen uns wieder. Wir kommen wieder runter, denn ist alles gut. Ach, schön, Alter. Ich habe extra gewartet mit dem Stump, weil ich wusste, dass ihr ihr scheiß Schild macht. Aber richtig guter Stump auch noch von den Dschinnen. Good job, good job, good job. Mach mich nicht aggressiv, Sekt, ohne Witz. Ja, und jetzt rennst du weg. Warte, du, keiner. Stimmt. Ah, bist cool, super, wir rennen zu weit, geh mich drauf. Ah, warum gehst du denn, warum geht sie denn da rein? Warum, warum, def doch einfach. Ich kann da nicht so einfach reingehen, so funktioniert das nicht. Oh, sie hat es eigentlich nur richtig. Ich komme nirgends voran. Ich kann nur diese verfickten Tanks fokussen. Ich hätte auch, ich hätte auch absolut Full Tank gehen, sondern von Anfang an. Ich hätte nichts anderes kaufen sollen, als diese verfickten Tanks Sachen. Alter, das sind ja schon wieder Fights, ey. Tut mir leid, dass ich es so ehrlich sage, in diesen Fights. Aber ich muss nicht so krass konzentrieren, das ist wirklich unglaublich. Schön, schön, komm ran, komm mal. Der Dammit ist einfach zu krass. Egal, Guardians ist raus. Jetzt kommt schon, bitte, Leute, bitte, bitte, bitte. Bitte macht was drauf, bitte, bitte, bitte. Ja, komm, ihr seid zu dritt, ihr seid zu zweit. Schön. Und jetzt pusht, 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 pusht. Kommt schon, bitte. Na, Gott, ich glaube, gleich geht es los. Alter, oh je. Alles klar. Ich habe 264 Rüstungen. Ja, so, Brodi, 2000 Damage ist doch gar kein Problem. Ich bin noch Gangplank, scheiße OP, Hurensohn, ey. Ist das für ein OP? Ich kann nichts machen, ich bin sofort tot. Auf jeden Fall, Balance Chance, äh, Champ, Rito, habt ihr... Ah, wieder super, ey, super Arbeit. Leute, habt ihr super gemacht. Ihr seid doch echt behindert als die Leute hier drinnen, ey. Ey, guck dich mal den Damage-Bilder an. Das ist doch lächerlich, ey. Kommt, zwei Pässern, ich bin tot, ja. Bastard, ey. Cage, ja, juckt ihn nicht. Er kann jetzt seine W aktivieren. Und dann ist halt... Das endet einfach jeden, dann einfach so ein QSS-Halb. Nein, 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 jetzt fokussieren wir bitte nicht die Tanks. Wir können sie anfracken, mehr aber auch nicht. Haben wir verloren. Also, ich habe 324 Rüstung. Und ich bekomme einfach so viel Damage. Dieses Pulverfass macht mir 1400 Damage. Wo ist denn da bitte irgendeine Gerechtigkeit? Sag es mir, was hat er denn bitte? Er hat nur AD und fickt einfach komplett jeden weg. Ach so, aber er ist ja komisch, weil er ist ja auch noch Tanki. Ist doch behindert, Alter. Vielleicht hätte ich doch voller AD spielen sollen, damit ich vielleicht irgendwas hinkriege, aber ich bin nicht sofort tot. Es ist einfach total verzwickt. Keine Ahnung, was man hier machen soll. Es ist einfach nur so richtig behindert. Ja. Super. Naja. Solche Games muss es auch gehen, Leute. So ist es im Leben. Jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte wir haben. Dann komm. 7 Punkte auf Gold 3. 16, 12, 15. Nein, und verloren. Ich war einfach komplett useless am Ende. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hab ich auch fundamentale Fehler gemacht. Könnt ihr mir gerne schreiben. Gut, leider. Ja, ich schneide mal so ein über 50 Minuten Game. Hab ich richtig verpasst. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.